hallo und grüß euch bei mir im studio ich bin ein allen und heute wird nicht gezogen ich habe mein letztes video vor circa zehn tagen gepostet und habe jetzt einige zuschriften daniel hast vielleicht aufgehört zum video machen daniel zogst nicht mehr daniel hast vielleicht zu wenig followers dann was ist los ja es ist so aus gesundheitlichen gründen habe jetzt eine kleine pause eingelegt hofft dass im nächsten mal zur woche wieder mit die videos mit vollem elan weitermachen kann ich habe natürlich nicht auf gehörten zocken und ich habe wenig followers das ist aber nicht der hauptgrund warum ich die videos mache sondern macht die videos leistung selber spaß macht und die leute die was anschauen hoffentlich natürlich würde es mich freuen wenn ihr viel leiten teilen scheren würdet dass in mehr abonnenten geht damit natürlich klein aber das wichtigste ist dass ich spaß drauf und dass die schauen dabei sind wenn ihr irgendwelche ideen habt für meinen kanal sehr gern bitte noch weitere kommentare da oder wenn sie irgendwie spielwünsche habt was sie gern probieren sollt oder was macht jetzt mal ein seger oder mache mal keine ahnung was an gamecube und dreamcast oder egal ich habe so ziemlich exakt alle konsolen dann lasst es mir bitte wissen ansonsten möchte mir sagen die ganze fanggemeinschaft community abonnenten danke dass du mich supportet bitte weiter so und ich werde dann bald wieder weiter machen damit drei kinder mit meinen alten videos zeit verbringen und ich muss schauen vielleicht habe ich noch ein backup video das wird sich vielleicht die nächsten woche mal starten werden ansonsten möchte ich noch einen von meinen höchsten fans möchte ich behaupten danken dass ihr mir zuschaut danke maximilian dass mit deinem papa fleißig meine videos schaust und ich würde gerne einladen dass du mal fünf minuten mit mir im studio zackst wenn es willst ansonsten hätte gesagt wir sehen sie wieder wenn es wieder heißt hallo und grüß dich bin ich im studio ich bin der daniel und heute wie gesagt